Gewählt ist mit 125 Stimmen, Nationalrat Ignacio Cassis. Es ist immer ein spannender Moment im Parlament, es knistert so in die Luft. Ja, es ist klar, dass Cassis gewählt wird. Ob es anderes hätte man nicht erwarten können. Ich habe es speziell gefunden, die riesen Diskussion, die dann kam, wegen der Frauenfrage, weil Isabelle Morin so schlecht abgeschnitten hat. Am Schluss geht es ja um die Qualität und vor allem um die Inhalt und Position. Man fliegt auf die Zielgerade ein. Die Spitzenkandidaten kämpften heute noch bis zur letzten Minute. Absturz der grossen Parteien, spektakulärer Einzug der AfD in den Bundestag. Angela Merkel wird wohl nur mit FDP und Grün weiterregieren. Einerseits sieht man, dass unsoziale Politik vom deutschen Volk abgestraft wurde. Auf der anderen Seite natürlich der Rechtspopulismus. Die AfD hat massiv zugelegt. Ich finde es immer sehr spannend, auf Deutschland zu schauen, unser Nachbarland, was dort politisch geht, was bei den Wahlen abläuft. Wir hatten jetzt die Situation, dass es ein ganz anderes Wahlsystem hat als wir in der Schweiz. Es sind mehrere Parteien, die zusammen eine Koalition bilden und zusammen regieren sollten. Ja, bezüglich Social Media und Campaigning ist es natürlich spannend. In dem Zusammenhang, was haben die die sogenannten Kampagnen oder Propaganda-Bots für einen Einfluss gehabt. Viele sind unsfrieden mit Angela Merkel. Merkel muss weg und so weiter. Aber was ist die Alternative? Ich meine, die SPD hat einen miserablen Wahlkampf geleistet. Schulze war sicher der falsche Kandidat gewesen. Der Versuch, das Schweizer Rentensystem zu reformieren, endet in einem Scherbenhaufen. Ich finde es ein schönes Beispiel dafür, dass wir als Stimmbürgerin oder Stimmbürger total überfordert sein können. Es war eine ganz zentrale Abstimmungsvorlage über die Altersreform. Das muss so ausgestattet sein, dass es nicht nur die Jungen zahlen. Und es ist nicht gelungen unter der mirheitsfähige Vorlage. Was jetzt aber zum Glück die Nachwahlbefragung gezeigt hat und mich auch sehr gefreut hat, ist, dass es nicht die Jungen waren, die das Ganze zu Fall gebracht haben, sondern vor allem die Frauen, die sich dagegen gewehrt haben, ein Jahr müssen länger arbeiten. Was heisst das jetzt für uns als Politikerinnen und Politiker? Die nächste Reform, die muss sozial sein und gut abfedert sein. Ein Tag der Freude ist dieser Abstimmungssonntag dagegen für die Schweizer Bauern. Sie wollten den Verfassungsartikel zur sogenannten Ernährungssicherheit. Und das Volk will ihn ganz offensichtlich auch. Es ist eigentlich ein Artikel, wo ich auch zugestimmt habe, weil es ein schönes Bekenntnis ist für die Schweizer Landwirtschaft. Aber er hat eigentlich keinen Inhalt und wird eigentlich genau gar nichts bewirken, nichts Konkretes, einfach ein Artikel mehr umzufassen. Dann ist eine zweite Vorlage zur Abstimmung gekommen, der Gegenvorschlag zur Ernährungssicherheitsinitiative. Eine Initiative, die recht rätselhaft war. Man wusste nicht, was sie eigentlich genau wollte. Wahrscheinlich die Rat zurücktreiben. Das katalanische Parlament hat in geheimer Abstimmung die unabhängige und souveräne katalanische Republik beschlossen. Ja, das ist eine recht komplexe Thematik. Also soll man für direkte Demokratie oder für Demokratie sein, aber irgendwie ist man dann auch für den Nationalismus. Es ist ein Trauerspiel, wie man mit den Katalanen umgeht und immer noch umgeht. Das ist eine reine Machtdemonstration, die Madrid hier gezeigt hat. Und vor allem auch die Europäische Union spielt hier eine ganz schlechte Rolle, dass sie nicht vermitteln kann. Denn ich denke, genau für so etwas wäre ja eigentlich die EU da. Es hat sich gezeigt, dass die vier Gesprächspartner keine gemeinsame Vorstellung von der Modernisierung unseres Landes und vor allen Dingen keine gemeinsame Vertrauensbasis entwickeln konnten. Es ist besser nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Ich glaube, was jetzt wichtig ist, ist, dass es in Deutschland weitergeht mit der ökologischen Wende, dass die Niedriglohnsektoren die Menschen mal einen anständigen Mindestlohn bekommen. Wie das möglich ist mit den aktuellen politischen Verhältnissen, weiss ich nicht. Wir machen, dass die Niedriglohnsektoren, die Menschen noch nicht vermahen sind. Wir machen uns einfach nur ein paar Dinge, die Menschen noch nicht vertreven sind. Oder wie sie schwer, wenn sie nicht vertreven sind, die Leute noch nicht vertreven sind. die Gurtelung aus gew lassen. Und da müssen wir zu sagen, dass die Leute noch nicht vertreven sind. Und dann können wir die Leute vorangekommen,